In den letzten fünf Jahren habe ich über hunderte von Hacking-Angriffen hautnah miterlebt. Stell dir das mal vor, hunderte Male haben Hacker versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Aber ich habe jedes einzige Mal eine wertvolle Lektion daraus mitgenommen. Heute zeige ich dir, wie sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen online angegriffen werden und wie sie sich vor diesen gefährlichen Hackern schützen können. Diese sieben Top-Tipps sind nicht nur leere Theorie, sondern reelle Praxis. Und sie haben sich in realen Bedrohungsszenarien bewährt. Tatsächlich sind sie wie ein Schutzschild gegen die verborgenen Gefahren im Internet. Damit das ganze Wissen auch wirklich verinnerlicht wird und du mehr Spaß hast, habe ich das Ganze interaktiv gestaltet. Sprich, du kriegst ein Angriffsszenario, das ich dir kurz erkläre. Danach klickst du auf Pause, überlegst dir, wie man sich davor schützen kann und danach werde ich das Ganze auflösen. Und jetzt geht's los. Ein Hacker nutzt eine bekannte Schwachstelle in einer älteren Version eines weitverbreiteten Betriebssystems, um in ein Netzwerk eines kleineren Unternehmen einzudringen. Das Unternehmen hatte das Update verschoben, um eine Betriebsunterbrechung zu vermeiden. Durch diesen Einbruch gelingt es den Hacker, an sensible Daten zu gelangen, was zu finanziellen Verlusten führt. So, jetzt denkt nach. Was ist hier schiefgelaufen? Wie hätte man es besser machen können? So, ganz klar, hier handelt es sich um ein Update-Fehler. Man sollte natürlich immer schauen, dass die Software aktuell ist, vor allem wenn es hier Sicherheitslücken gibt. Hätte der Systemadmin die seine Software geupdatet und die Dringlichkeit kommuniziert, dass man auch eventuell den Betrieb kontrolliert herunterfahren hätte können und das Update durchführen, wäre es nicht so weit gekommen und der Hacker hätte nicht in das System eindringen können, da das System upgedatet wäre und somit die Chance einer Sicherheitslücke extrem minimiert wird. Hast du es richtig erraten oder war das komplett neu für dich? Jetzt kommen wir zum zweiten Szenario und dieses Szenario ist extrem häufig sehr kritisch und es gibt hier einen sehr starken Handlungsbedarf. Deswegen habe ich mir dafür auch einen Sponsor an Bord geholt, nämlich Hornet Security, ein langjähriger und guter Partner von mir und wir schauen uns jetzt mal Szenario 2 an. Ein Mitarbeiter eines mittelstädtischen Unternehmens erhält eine E-Mail von dem CEO mit der Bitte, eine dringende Überweisung durchzuführen. Der Mitarbeiter hört auf den scheinbar echten CEO und überweist das Geld von dem Geschäftskonto auf ein anderes Konto. Dadurch verliert das Unternehmen enorm viel Geld. Da das Geld im Ausland ist und die Überweisung schon mehrere Tage her ist, können sie das Geld auch nicht mehr zurückholen. Gut, was war hier das Problem? Security Awareness, auf Deutsch Sicherheitsbewusstsein. Sicherheitsbewusstsein ist eins der größten Faktoren für die IT-Sicherheit. 95% aller Hacks gehen auf die Schwachstelle Mensch ein. Und keine Sorge, man kann sich davor schützen. Das hat Hornet Security sehr gut gelöst, indem sie Top-Trainings aufgestellt haben, die deinen Mitarbeitern oder dir selbst beibringen, wie solche Phishing-E-Mails ausschauen, auf was man achten muss, zum Beispiel auf die genaue E-Mail-Adresse, auf bestimmte Textmuster und wie man vorgehen sollte. Hier in diesem Fall wäre das richtige Vorgehen, erstmal die E-Mail genau zu analysieren, ob die E-Mail-Adresse stimmt, ob die Bankkonten stimmen. Und wenn man sich dann immer noch nicht sicher ist, dann fragt man nochmal beim CEO am besten telefonisch nach und schaut, ob der wirklich diese Bezahlung autorisiert hat. Um eine wirkliche komplett Rundum-Absicherung zu haben, lohnt es sich wirklich auf Hornet Security vorbeizuschauen. Den Link findest du unter dem Video und hier kriegst du professionelle Schulungen, damit du kein Geld verlierst, keine Daten verlierst und deine Mitarbeiter nicht dein Unternehmen in den Ruin treiben. Also schau hier wirklich vorbei, wenn du ein Unternehmen hast, denn das Ganze kann dir sehr viel Stress, sehr viel Zeit und sehr viel Ärger ersparen. Und eins kann ich dir sagen, so ein Hack hat schon so die eine oder andere Firma dadurch in den Ruin getrieben. Gut, kommen wir jetzt zu Szenario 3. Ein Online-Shop erleidet einen Datenverlust, weil ein Administrator das Passwort admin123 verwendet hat. Ein automatisiertes Tool, das von Cyberkriminellen verwendet wird, knackt das Passwort innerhalb von wenigen Minuten. Die Diebe erlangen Zugriff auf die Kundendatenbank, was den Ruf des Unternehmens erheblich schädigt und zu rechtlichen Folgen führt. Okay, was war hier das Problem? Ganz einfach, schlechtes Passwort. Eine der bekanntesten, aber auch häufigst nicht beachteten Regeln. Verwende ein starkes Passwort. Zu Passwörtern habe ich schon einige Videos gemacht. Kannst du dir auch gerne mal anschauen. Hier nochmal kurz zusammengefasst. Umso länger, umso komplexer, umso besser. Da gilt Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahlen und keine Sachen, die mit dir persönlich zu tun haben. Denn Hacker können dich stalken sozusagen und persönliche Informationen über dich rausfinden und somit auf dein Passwort schließen. Und admin123 ist einfach ein Standard-Passwort. Das wird nicht verwendet in der Production. So was solltest du auf gar keinen Fall verwenden, auch wenn du nur kurz was konfigurierst für Testzwecke. Weil zum Schluss ist es dann nicht nur ein Test, sondern geht wirklich in die Production. Und dann haben wir den Salat. Szenario Nummer 4. Ein Finanzanalyst erhält eine Phishing-Mail, die wie eine legitime Sicherheitsbenachrichtung einer Bank aussieht. Und somit gibt er versehentlich die Anmeldedaten ein. Glücklicherweise verhindert die MFA, die die Bank fordert, dass die Angreifer Zugang zum Konto erhalten, da sie den zweiten Authentifizierungsfaktor nicht umgehen können. Gut, was ist hier zum Einsatz gekommen? Ich habe schon die Abkürzung genannt. Ja, ganz einfach, Multifaktor-Authentifizierung. Also mehrere Faktoren braucht man, um sich dann einzuloggen. Klar, der Mitarbeiter war vielleicht auch nicht geschult. Also da war wieder Security Awareness mit im Spiel. Trotzdem kann es immer vorkommen, dass ein Mitarbeiter mal einen schlechten Tag hat, nicht aufpasst und irgendwelche Daten oder Passwörter reißgibt. Deswegen sollte man auch zusätzlich immer noch eine Multifaktor-Authentifizierung verwenden, um das Ganze nochmal sicherer zu machen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr starker Tipp. Hat schon viele Firmen vor einem kritischen Schaden gerettet. Szenario Nummer 5. Ein mittelgroßes Technologieunternehmen führt regelmäßige Sicherheitsaudits durch. Während eines Audits entdeckt das IT-Sicherheitsteam eine unbemerkte Sicherheitslücke in ihrer Anwendungssoftware, die von extern zugänglich ist. Durch die frühzeitige Entdeckung und Behebung dieser Schwachstelle wird ein möglicher Hackerangriff abgewendet. Ja, hier ist der Name Programm. Einfach Sicherheitsaudits durchführen. Die können von professionellen Firmen erstellt werden und sie können schon mal im Vorhinein Schaden abwenden. Also hier diesen Punkt auch nicht vergessen. Vor allem größere Firmen, die auch Ziele von professionelleren Attacken sind. Hier kann sich ein Sicherheitsaudit auf jeden Fall sehr stark lohnen. Dann kommen wir zum Szenario Nummer 6. Die Buchhaltungsabteilung eines Unternehmens erhält eine täuschend echte E-Mail, die angeblich von einem vertrauten Lieferanten stammt und fordert sie auf, einen Link anzuklicken, um eine unbezahlte Rechnung zu begleichen. Ja, E-Mails sind sehr kritisch, denn hier kommen eben die ganzen Phishing-Mails rein und hierfür hat Hornet Security sogar auch eine Lösung. Sie hat eine künstliche Intelligenz, die deine E-Mails analysiert und schaut, ob hier Phishing-Mails enthalten sind oder sonstige schädliche E-Mails reinkommen. Hier geht es natürlich ganz klar um Phishing, Schutz, entweder Software oder wieder Schulungen. Szenario Nummer 7. Ein Architekturbüro wird Opfer eines Ransomware-Angriffs, bei dem ihre Projektdateien verschlüsselt werden. Also ich erkläre kurz, hier hat man keinen Zugriff mehr auf die Daten. Wie hätte man sich davor jetzt schützen können? Klick kurz auf Pause, denk nach. Und wenn dir was einfällt, dann klick auf Weiter und schau, ob es stimmt. Okay, hier die Lösung. Dank einer gut durchdachten Backup-Strategie, einschließlich regelmäßiger Off-Site-Backups, kann das Unternehmen seine Daten schnell wieder ohne Erlösegeld zahlen zu müssen, wiederherstellen. Also, ganz einfach, ich habe die Regel, kein Backup, kein Mitleid. Deswegen hier auch immer ein Backup machen, das auch extern von deiner Firma ist, nicht am Internet eingebunden. Das muss physikalisch am besten getrennt sein oder zumindest netzwerktechnisch muss es getrennt sein, das Backup. Und somit kannst du dann immer dein Backup von einem Tag später wieder zurückrufen. Das ist sehr wichtig. Es ist ein Must-Have in der IT-Sicherheit, dass du Backups hast. Schon haben wir die sieben Tipps. Ich bin gespannt, wie viele du erraten hast. Schreib es gerne in die Kommentare, ob dir das gefallen hat und wie viele du erraten hast. Das würde mich echt interessieren. Auch gerne, was man besser machen könnte. Fazit ist es, dass du auf jeden Fall proaktiv sein musst. Das heißt so viel wie du musst, Schritte einleiten, um deine Sicherheit zu erhöhen. Weil von nichts kommt nichts. Also, wenn du nichts machst, wirst du automatisch immer unsicherer, weil deine Software veraltet, weil deine Mitarbeiter nicht wissen, was sie genau anklicken können und was nicht. Und wenn du keine Mitarbeiter hast, du bist auch nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Ich bin auch nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Manche neue Hacks kennt man einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, einen starken Partner hier zu haben, der sein Job ist, dich immer up-to-date zu halten, wie ich oder zum Beispiel Hornet Security. Das ist ihr Job, dein Unternehmen sicher zu machen. Und sowas sollte man auch nutzen. Denn vorhinein ist IT-Sicherheit viel, viel, viel billiger als im Nachhinein. Im Nachhinein sind die finanziellen Kosten und auch mentalen Kosten wesentlich höher. Ich sage sogar 10- bis 100-fach teurer, als wenn du davor in Sicherheit investierst. Das ist wie beim Zahnarzt. Prophylaxe. Du lässt dir deine Zähne einmal im Jahr anschauen, ob alles gut ist und lässt dir erklären, wie man schön putzt. Und dann sparst du dir später auch die teure Zahnarztbehandlung, wo du eine Füllung oder Sonstiges bekommst. Nochmal hier als Zahnarztbeispiel. Ich mag das ganz gerne. Schau auf jeden Fall bei Hornet Security vorbei. Ich kann ihre Produkte von ganzem Herzen empfehlen, da ich sie schon ausgiebig getestet habe und auch reviewed habe. Lass deine Sicherheit nicht aus den Augen. Kümmer dich drum. Das kann ich dir als letzte Wörter mitgeben. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Lass ein Kommi-Abo-Like da und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace. Hoffentlich, wenn du bei Hornet Security vorbeigeschaut hast.